Eine vollständig renovierte Zweizimmerwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Wohnung umfasst eine Wohnzimmerwohnung. Die Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 72 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 1074 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.